EE stunden dafür EE? ja vielleicht ca 8 Aua Alter ich hab doch ein halbes Herz Scheiße AAAAAAAH OOOH Entschuldigung Nicht meine Hände Wo kam das denn her, Alter? Bring mir welches mit Welches? AAAAAAAH Habe verstanden AAAAAH Ne Grohes Hammelfleisch Nein Doch Nein, ich will nicht, dass hier jetzt schon Creeper ist AAAAAH ich verhungere AAAAAH 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 Ja, ok Aber denk dann so, so, Burgen ist jetzt runtergesprungen Ja Aber ich komme mal zu AAAAAH 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 Ein Hase ECHT? HAAA Da sind die groß Ich nehm dich haben War doch sicher Hasebleich groß ja, nein, was ist das? Hasentote. Ah, mein Fragenteus. Hallo. Warum bin ich da nicht reingesprungen, alter? Oh mein Gott. Noch ein Creep. Was ist das? Weder Maus. Okay. Hallo. Oh mein Gott. Oh, ich bin gleich tot. Hexe, 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 Hexe. Zwei Hexen. Schüss. Nein, ich bin verkifftet. Ich bin verkifftet. Der Hexe hat mich verkifftet. Okay, let's take off. Ein, gar nicht. Ja, auf. Brauchst du noch Treppen? Ah, wir haben aus beiden Hühnereien ein Chicken bekommen. Chicken. Nein, du bist noch nicht im Bett. Ich auch nicht. Was? Wie sieht das bei mir denn aus? Ich liege anscheinend seitlich und so eine sexy Puff. Probeer. Huh. Stellt sich plötzlich eine Wand nehm' ihn hoch und meint, er sei größer. K peroch! wie geil war das denn? jackan macht das viel besser jackan macht das gut aber Cubix komm rein es wird finster der Ausrede dich hat lauf naaa Was, du bist da hinten? Wie kanntest du mich denn aus den Augen verlieren? Ich hab den hier aus den Augen verloren, ich bin einfach umgedreht, aber irgendwie bin ich jetzt wohl in die falsche Richtung gedreht. Alter, der will doch, dass ich den anschaue. Alle ruhig, in Peso! Der ist jetzt gar nicht doll müde. Müde! Au! Hab ich dich da runtergeschlagen? Ich bin auf zweieinhalb Ärzte runter, du Arsch. Die sexy Seitenposition. Da oben ist eigentlich voll. Shadow Jacks, Shadow! Gott sei Dank war da Wasser, Alter, ich spring hier einfach mal so los und zufällig ist es unter mir Wasser. Hey, hier wächst. Ja? Kommst du mal kurz raus? Oh, das seh ich. Bei diesen Haupteingang. Oh, wie schnell bin ich da jetzt rüber gerannt. So, was ist los? Warte, ich will erst den Zeddy. Fuck, 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 fuck! Ja, ich bin unten, was ist? Alter, das sieht geil aus. Oh, Skelett, Creeper! Nee! Das ist volle Invention bei dir. Was ist denn eine Invention? Ich weiß es nicht. Aber du weißt es nicht. Aber du weißt es nicht. Ich hab da übrigens hinter mir. Zack, 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 zack. Danke. Au! Ja, ja. Pforsten. Na, siehst du, deshalb hab ich bloß du. Gibx is da. Gibx is weg. Gibx is da. Gibx is weg. Gibx is da. Gibx is da. Gibx is weg. Gibx is da. Ich lege nicht. Gott! Boah, ich hab's gefunden und dieser Mega-Jump war grad voll Mega. Vielleicht warst du der seit meinem Mega-Jump. Dattaraauch, 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 Dattaraauch! Wo bist denn du eigentlich schon wieder, Checker? Boah, ich hab den genialsten Checker-Bunker gefunden. Das ist mein Checker-Bunker. Oh Gott, wo komm ich hier wieder weg? Ach so. Boah. Machen wir eigentlich nicht. Ah! Ach. Wie viel Ernst hast du denn noch? Zweieinhalb. Und du gehst ohne Rüstung? Ja. Wow. Er ist mein Superheld. Was ist da gerade explodiert? Und er ist tot. Ich explodiere jetzt. Oh, das hat man schön gesehen. Und wo war das jetzt? Haben's geletzt bekannt. Wo? Da wo du auch unergehüpft bist. Ich bin irgendwo unergehüpft. Okay, ich hab seine Sachen. Fuck. Creeper in unserer Base, Creeper in unserer Base, Creeper in unserer Base, Creeper in unsere Begründung. Creeperlei, Creeperlei, Creeperlei. Bist du denn noch in der Nähe vom Spawn? Nicht wirklich, da ich... Ah! Ich hab noch! Ein halbes Start! Nein! 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 Nicht dein Ernst! Hatscha! 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 Geil! Du bist schon wieder nicht effektiv! Was denn? Alter okay, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf... Okay. Was?! Du bist... Oh ich schreck mich ganz so von der Kiste! Wir sind uns geeinigt, aufs Verzaubern zu sparen. Also, aufs Verzaubern sparen. Das war mir auch schon klar, bevor ich... ...bevor du deinen Satz angefangen hast. Was war denn mit dem Creeper los? Wie lustig, Alter. Was ist denn da schon wieder? Wait a moment, I must do it. Aldor! Ah! Ah! Party hot! Ah! Wow! Hier ist noch ein Enderman! Hier ist noch ein Enderman! Der kotzt hier rum! Wer? Der Enderman! Oh fuck! Ey, Alter! Jetzt hab ich mich erschrocken! Ah! 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 Der lief einfach durchs Bild! Ich will jetzt! Ah! Hhoos! Wgdel was ist hier los? Was ist denn los? Was machst du denn? Nananananananananananananananananananananananananan! Oh! Mit meinen brennenden, brennenden, brennnen, brennenden Augen... ...hab ich jetzt besiegt. Ah! Schon wieder meine Brenn-Brennaugen! also das ist nicht symmetrisch das war ganz klar der ist bitte Acht 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 Die Stimmbänder tun mir zu weh, ich komm normal nicht so hoch Alter Man weiß nicht genau was Checker ist Alter Boah, was ist mit dem Skelett? Hier Luftentschluss ist Ah, Skelett Jetzt kommt der ultimative Checker-Schlag Acht Okay, ich versuche ihn nochmal Checker-Schlag Ah, schon wieder Checker-Schlag Jawohl Ah, Creeper Okay Welchen Level hast du gerade? 29, Enderman Gewölks Was magst du für mich da um die Ecke gucken? Ich trau mich nicht mehr Ja, ich komm Wieso ist unsere Essenskiste leer? Ich hör den nämlich da Und ich hab Angst um diese Ecke zu gehen wenn ich da einen Enderman höre Oh, der war wirklich da Diese Enderman, sie wollen mich doch Der hat sein Kumpel gesagt Hey, guck mal, mach das doch mal auf Das ist voll lustig Skelett Ah, ah, ah Was zum Teufel war das denn? Spinner Spinner Boah, ich bin ja runtergefahren Maah Spinner Ha, ha Alter Ebenigst ne XP runtergeschmissen Ja Schon wieder nur herum? Ich sag das ab Maah, das hat grad ein Baum geweint Maah, schon wieder Oh, da noch Maah, das sind alle so traurig So traurig Dass ich jetzt diese Schaf umbringen Maah Jawohl metres Ernsthaft Naennennennennennennennennennennennenn So geil Lauh O knock Wie ist das? AAH Jacketscorne Acharius Woaw Spinner BAM ALTO Mein Schwert hat Mein Schwert hat keinen Rückschluss verzaubert. Ich hab den Zombie gerade in die Erde geschlagen. Alter Schwede, bist du gesprungen. Was zum Teufel? Wie, was, was mach ich? Du bist ja gerade ein wunderschönes Ziel für mich zum Abschießen. Ich wär für... Ich hab aber keinen Stein dabei. Ich spring dich um. Alter, boah. Nein, was mach ich? Wackel weg. Pack du mal deine Eisenkackseln. Boah, Alter, ich dachte, wir gehen schon Treppen runter. Da, da, ja, jetzt hab ich... Creeper. Los. Ich weiß nicht, ich bin gerade gekickt worden. Ich bin tot. Ich hab's gerade gesehen. Ich weiß, das Spiel ist in der Luft wohl cool. Holala, holala, holala. Da sind ganz viele Monster drin. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich hab' den Wunder. Da, ja, ich hab' den Wunder. Ich hab' den Wunder. Ich hab' den Wunder. zuerst holen, aber ich komme nicht runter bei diesem Monster. Was? Ich komme nicht runter, ich bin Tschecker, Alter, stirb, du Scheißkele. Ich... Boah. Alter, ich bin wieder. Du fliegst hier. Brenn, Skelet. Brenn. Ein Brenn-Brennaugen. Hatscha. Meine Hatscha. Untertitelung. BR 2018